An der aktuellen Flüchtlingsproblematik sind wir Deutschen nicht ganz unschuldig, denn immerhin sind wir die drittgrößten Waffenexporteure weltweit. Waffen bringen Leid und Elend, Hunger, Schmerz und Tod. Wer Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. Sie sagt mir, dass sie kurd ist und froh, dass sie noch lebt. Zu viele wurden ausgelöscht, für viele ist zu spät. Sie wohnen friedlich in den Bergen, in dem Dorf so klein. Sie wollten nur von Arbeit leben, lieben, glücklich sein. Dann schoss man aus dem Hinterhall auf Mann und Frau und Kind. Und die es überlebten, daraufhin geflügelten sind. Waffen bringen Leid und Elend, Hunger, Schmerz und Tod. Der Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. Er ist geboren in Afrika, vermisst die Heimat dort. Doch es herrscht Krieg in seinem Land und darum ging er fort. Sie zwangen ihn zu kämpfen, er hat schreckliches Gesinn. Er musste Menschen töten, doch er konnte es nicht verstehen. Und als sie an die Grenze kamen, nahm er allen Mut. Er ist gerannt, er ist geflohen, doch nachts träumt er von Blut. Rüstungsindustrie gibt es bei uns an manchem Ort. Doch diese Arbeit ist aktiv bei Hilfe zum Mord. Waffen bringen Leid und Elendinnen, Hunger, Schmerz und Tod. Wer Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. In Deutschland kommt der Handel und der Waffenexport. Wir fördern Krieg für Geld in Berlin, Schmerz, Schmerz für Mord. Ihr Menschen in der Produktion, legt eure Arbeit hin. Denn Waffen töten Menschen, und das macht auch keinen Sinn. Politiker von Deutschland, es wird Zeit für Tag und Wort. Wacht endlich auf, beendet, unserem Waffen-Bergsport. Rüstungsindustrie gibt es bei uns an manchem Ort. Doch diese Arbeit ist aktiv bei Hilfe zum Mord. Waffen bringen Leid und Elend, Hunger, Schmerz und Tod. Wer Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. Wer Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. Wer Waffen produziert, der fördert Krieg und stiftet Not. Vielen Dank.